Heidiho, Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Randgruppenwitze mit Randgruppen. Heute mit... Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Hi, ich bin Lucy Katz, ich bin Pornodaustellerin und habe auch noch einen großen Insta-Account. Hi, ich bin Roxy X, bin 29 Jahre alt und arbeite mittlerweile seit 8 Jahren im Tattoo- und Erotikbereich. Hi, ich bin die Michaela Schäfer, ich bin 35 Jahre alt und bin Deutschlands berühmteste Nackte und zeige immer meine Brüste. Und was zeigst du nicht? Was ich nicht zeige? Ich zeige alles. Auch untenrum? Nein. Doch, meine Muschi zeige ich auch. Haha, nur nicht das Innenleben der Muschi, das sieht nur mein Freund, wenn ich einen hätte, und mein Frauenarzt. Hä, du hast doch deinen Freund da, mit dem du haustest. Ich bin Single. Schon wieder? Hä, schon lange. Wer von euch ist Single? Du auch? Na klar, scheiße, seit wann? Roxy, du willst vergeben? Ja. Meine Welt bricht zusammen. Wir müssen denen jetzt aber den ganzen Notgeilen, meine Zuschauer, sagen, die haben trotzdem alle eine Chance, wenn sie dir auf Instagram folgen, oder? Soll ich mich jetzt doch melden, oder was? Ja, sag einfach so, ey, offen für alles. Ja, natürlich. Ja. Offen für alles. Warum hat ein Pornostar ein A überm Bett kleben? Das müsstet ihr ja wissen, ne? Vielleicht irgendwas mit anderen oder so. Ich weiß nicht, was ich weiß. Das ist geil. Damit ihr beim Sex nicht den Text vergisst. Oh. Ach, der ist cool. Hätte man drauf kommen können. Aber ich sag oft auch O-Ho. O-Ho. Bei mir bist du halt O-Ho steht. Okay, es gibt ja Altersbegrenzungen bei Föhn. Weiß jemand in Sachen Porno, was ab 12 bedeutet? Der Gute kriegt das Mädchen. Was bedeutet ab 16? Der Böse kriegt das Mädchen. Richtig! Und was bedeutet ab 18? Alle kriegen das Mädchen. Der Artheder darf mal ran. Warum verlor ein weiblicher Pornostar seinen Job in der Samenbank? Trinken im Dienst. Okay. Unterhalten sich zwei Porno-Darstellerinnen. Fragt die eine, schreit dein Partner auch immer so, wenn er kommt? Sagt die andere, nein, er hat einen Schlüssel. Das ist mein Lieblingswitz, den erzähle ich euch jetzt schon. Ui, da bin ich gespannt. Der muss gut sein. Jetzt schon gleich am Anfang. Nee, es gibt mehrere sogar. Sitzen drei Porno-Darstellerinnen in einer Bar. Sagt die eine, in mich passen drei Schwänze auf einmal rein. Sagt die andere, in mich passen sogar fünf Schwänze auf einmal rein. Sagt die dritte, kann mir mal jemand vom Hocker helfen? Ja, der verstehe nicht. Jetzt musst du uns hinerkennen. Hocker. Also, sie sitzt drauf. Weil sie so geweidet ist, dass sie das so schön machen kann. Habe ich den so schlecht vorgelesen? Achso. Oder? Ja, ja, ist richtig. Oh, das ist aber eklig. Was hat ein Telefonbuch und ein Porno-Film gemeinsam? Viele Nummern. Aber keine Handlung. Achso. Okay, kommt ein Opa in einen Puff und erkundigt sich nach den Preisen. Sagt die Puffmutter, 100 Euro im Bett, 50 Euro im Stehen, 10 Euro auf den Teppich. Der Opa legt ein Hunderter auf den Tresen und guckt ganz glücklich. Sagt die Puffmutter, okay, alles klar, also einmal schön im Bett. Sagt der Opa, nee, nee, was mit Bett, 10 mal Teppich. Hä? Na ja, das finde ich jetzt nicht gut. Okay, sorry. Also, das finde ich überhaupt nicht stark. Wie meldet sich eine Pornodarstellerin krank? Geschlechtshist, keine Ahnung. Sie ruft ihren Chef an und sagt, ich kann heute nicht kommen. Oh, der ist auch gut, der ist auch gut. Gehen zwei Pornodarstellerinnen durch Mainz. Sagt die eine, Mainz ist echt ein Drecksloch. Sagt die andere, Mainz auch. Das ist ganz cool. Heute leider kein Mann da, aber auch ein männlicher Porno-Witz. Wer ist denn euer Lieblingsmännlicher-Darsteller? Ich gucke jetzt nicht unbedingt Pornos wegen den Männern. Riehst du nicht mit Hämmern oder so? Conny Dax, den kenne ich nicht. Sorry, ich kenne nur Conny Dax. Rocco Sefredi. Also, ich dreh ja, ich habe ja meinen eigenen Drehpartner. Wer ist das? Das sind ja keine Bekannten. Achso. Von der Venus, Rocco Sefredi. Nein, den kennst du auch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, hey, okay. Okay, okay, okay. Treffen sich zwei spule Pornodarsteller nach dem Dreh. Sagt der eine, Mann, ich bin echt beeindruckt von deiner Leistung. Wie machst du das? Darauf der andere, na ja, ich sehe nicht besonders gut aus. Ich habe nicht besonders viel Talent, aber ich reiß mir eben richtig den Arsch auf. Oh, Ekel. Oh, das ist halt eklig. Ja. Ist das so schlimm? Du bist ja so anal fixiert, ne? Schon ein bisschen, ja. Ja, nicht ein bisschen. Was haben eine CD und ein Pornostar gemeinsam? Es dreht sich alles ums Loch. Ah, fast. Ja. Okay. Das ist echt gut. Oh Mann, ich muss mich auch mal merken, ne? Mama, 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 das Internet funktioniert nicht. Sagt die Mutter, entweder schaut A, dein Bruder grad Pornos, oder B, deine Schwester lädt welche hoch. Paul stößt in einer Hotelhalle mit dem L-Bohn an den Busen einer jungen Pornodarstellerin. Er entschuldigt sich mit den Worten, wenn ihr Herz so zart ist wie ihr Busen, dann verzeihen sie mir sicherlich. Da lächelt sie und sagt, wenn dein Ding so hart ist wie dein L-Bohn, dann besuch mich doch im Zimmer. Drei Kinder unterhalten sich. Der Erste meint, meine Mutter hat einen so großen Mund, sie kriegt eine ganze Faust rein. Der Zweite, ach, das ist gar nichts. Meine Mutter hat einen so großen Mund, sie kriegt drei Öpfel rein. Öpfel. Öpfel. Ah, so. Okay. Der Dritte meint, das ist gar nichts. Ich habe letztens meine Eltern belauscht. Da habe ich gehört, wie mein Papa gesagt hat, jetzt stell doch mal den Fernseher aus und nimm ihn in den Mund. Ach, der ist auch schon gut. Für viele Pornodarstellerinnen ist Autofahren wie Sex. Sie sitzen teilnahmslos daneben und rufe immer nicht so schnell, nicht so schnell. Der ist ja der. Der ist ja. Ein Pornodarsteller sagt zu seiner Frau, ich wette, du bist nicht fähig, einen Satz zu sagen, der mich gleichzeitig fröhlich und traurig macht. Sagt die Frau, gar kein Problem, Schatz, du hast den größten Pimmel der ganzen Nachbarschaft. Das ist schon mieser. Der gefällt mir, der geht in die richtige Richtung. Das ist cool. Geht eine Pornodarstellerin zum Arzt und sagt, immer wenn ich eine rauche, muss ich danach Sex haben. Sagt der Arzt, okay, rauch erst mal eine. Ha, ha. Der ist sehr kompliziert. Ich hoffe, ich kriege den richtig vorgelesen. Okay? Ich hoffe, wir verstehen den. Ja, ich hoffe auch. Ja. Eine Pornodarstellerin wacht neben einer Frau mit einem riesen Kater auf. Neben ihr liegt die nackte Frau, sie ist völlig fremd und sie kann sich an nichts erinnern, außer dass sie in der Nacht davor im Bordell war und mal eine Frau ausprobieren wollte. Sie geht mühsam ins Bad. Als sie sich in den Spiegel anschaut, hängt ihr ein Bändchen aus dem Mundwinkel und sie mummelt, oh Gott, bitte lass es ein Teebeutel sein. Oh, also das ist der Witz? Das ist der Witz. Ich dachte, der geht jetzt noch weiter. Nee. Oh Gott, lass es ein Teebeutel sein. War das? Hä, das ist doch kein Witz. Das ist der Witz. Das ist ja auf der Witze-Seite. Bei einem jungen Pornopärchen reicht das Haushaltsgeld nie für den ganzen Monat. Daraufhin meinte der Mann zur Frau, wir brauchen dringend mehr Geld. Vielleicht musst du nebenbei noch anschaffen gehen. Ist das heutzutage einfach so? Ja, zuerst ziert sie sich ein bisschen, aber dann willigt sie schließlich ein und am Ende des Monats kommt sie zum Ehemann und Porno-Darsteller und sagt, guck mal hier, 252,50 Euro. Sagt er ganz sauer, welcher Idiot hat dir denn nur 2,50 Euro gegeben? Sagt sie, naja, jeder. Oh. Okay, wie oft passiert es, dass ein Typ ankommt, so wie ich, groß fressert und sagt, er ist der beste Stecher und nichts hinkriegt? Das würde bestimmt häufig passieren. Ja, ich glaube auch. Achso, aber auch nicht so gestandene Darstellerpartner, dass die mal versagen? Ne, also noch nicht gehabt. Glück gehabt vielleicht. Und bei den Frauen, hallo, da versagt man ja auch nicht. So ist es. Also. Ich würde sagen, wenn man mehr von euch sehen will, geht man auf eure Instagram-Profile, oder? Sehr gerne. Link in der Videobeschreibung und Lucy antwortet dem, der ihr einen Dick-Pick schickt, oder? Genau. Mit einem Muschi-Bild, ganz wichtig. Ein Standardbild, ne? Also ich mach dann extra eines für dich. Super, dann könnt ihr nochmal in die Kamera winken, tschüss sagen und dann warst du schon. Tschüss. Tschüss. Der ist auch konzert, ich glaube ich. Gib mir mal einen Tipp. Weißt du, was es bedeutet? Nein, keine Ahnung. Mega. Das ist eine tolle Sache. Ja, das ist eine tolle Sache. Du heiratest bald. Yes. Ist das eine normale Beziehung? Kein Problem für mich. Ja, ja.